Jetzt allerdings auf den Triangle Choke aufpassen muss. Den hat Bartsch jetzt ziemlich gut zugemacht. Der zieht ihn immer enger, hat die Hüfte auch in der richtigen Position. Zieht es noch am Kopf. Steigt jetzt rüber in die Mount. Schön gemacht und geduldig geblieben. Cosimini rutscht in den Armbar. Gut verteidigt, aber jetzt ist er wieder in Gefahr. Und der Arm ist sehr überstreckt. Da wird abgebrochen. Schön hallo-Kick. Schön abgetaucht. Das war schon das dritte Mal. Ja, eins, zwei. Und gleich nochmal. Also mit Deutscher Meister 2022 via Split Decision ist die Rote Ecke, Lorenzo Ball.